Willkommen in der Welt der köstlichen Mahlzeiten. Heute ich bereite ein wunderbares Börek-Rezept, wo Sie auf die Verwendung eines erstaunlich leckeren, nur mit Mehlwasser und Salz vorbereitet, die durch Draht-Draht getrennt wird. Ich sage Ihnen die wichtigen Details. Ich gehe sofort zu meinem Rezept, ohne auf Dich zu warten. Insgesamt können 4 Tassen je nach Qualität und Marke des verwendeten Mehl's variieren. Also lasst uns einen weichen Konsistenzsteig kneten, indem es langsam kontrolliert. Ich beginne sofort nach Zugabe von Salz in der Nähe von 1,5 Wasserbecher und 1 Teelöffel kneten. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos am Ende folgen. Denken Sie daran, die Klingelton für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Ihr sofort nehmen Sie es auf meinem Tisch, nachdem ich in den Knetbehälter bereit bin. Und ich werde weiter kneten, bis ich alles vermisse. Wie bei allen Teigs erhalten wir so schöne Ergebnisse. Nachdem ich den Teig genug geknetet habe, nehme ich den Knetbehälter wieder und lasse ihn etwa 10 oder 15 Minuten ruhen. Wie Sie sehen können, habe ich einen schönen Teig der Textur erhalten. Wie immer von meinen lieben Anhängern, gibt es keine Blumen, Insekten oder Weichmacher. Vielen Dank, dass Sie jede Blume, Insekten oder weichen Teig in den Kommentaren abschnitt. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie nachsuchen. Ich schließe mich und lasse Ruhe. Ich werde den Teig mit einer Banane kneten, die ich dem Tier zugehört habe. Sie sehen Ihren Aufenthalt. Nach dem Kneten in einer schönen Weise, wird es viele Gesichtshaftungsereignisse beseitigen. Ich teilte den Teig in sechs gleiche Teile. Nachdem Sie die Peles und einen Ball machen. Sie können Ihre gewünschte Größe Bienen machen. Nach dem Trennen des Teigs in Stücke, mache. Ich ist glatt durch die Kombination der Enden. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Beze sehr gut ist. Der Acting-Prozess wird auch Komfort bieten. Nachdem Sie alle Tücher vorbereitet haben, öffne ich die Größe der süßen Platte. Ich öffne mich mithilfe der Walze nach viel Donserbdick. Sie können es auch mithilfe der Lava öffnen, wenn Sie in dem Fall sind. Ich teile die Tricks von meiner Hand. Sie können dies tun. Aber wenn Sie ein Fragezeichen schreiben, das in Ihren Geist eingefügt wird, werde ich Ihnen so bald wie möglich zurückgegeben. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie meine Rezepte mögen, drücken Sie den Like-Schlüssel, teilen Sie es Ihren Freunden, die sehen wollen. Wie Sie sehen können, wird diese Größe genug für uns sein. Ich möchte noch einen zeigen. Ich zog die Rolle nach viel Donserbdick auf Gold und darüber zurück. Vor allem zwei Seiten betrachten ja Pies wie man mitbeziehte Toolbox konstruiert. Tine Fene Fene Öffnen wir die gleiche Größe, nicht zu viel wichtig in der Größe. Kinder Eine Menge Rezepte, von denen Sie gekommen sind, wenn Sie Blut saugen wollen, dann verbrauchen Sie den Frieden des Geistes zu 5 Stunden. In der Zwischenzeit die Liste der Materialien in der Beschreibung des Teils, wie üblich volle. Notiz von Hardcore Hardcore Nicht-Y-Y-E-V-I bedeuten die volle Nogal-Verbrauch-Sommer-Erklären. Siehst du. I wiederholen den gleichen Prozess, nachdem ich jeden Standort schön schmiere. Ich empfehle Ihnen, ein einfaches Rezept zu probieren. Der Funken ist ein wunderbares Börek-Rezept. Nachdem Sie es mit der gleichen Methode vorbereitet haben, lassen Sie uns oben abschalten und für ca. 10 oder 15 Minuten entspannen. Hören wir auf den Hörprozess, damit wir es sehr wichtig machen können. I schließen die Batterie und lassen Sie ruhen. Das war ein sehr schönes Rezept. Ich habe genug gehört. Ich möchte die Textur eines der Hemen genau zeigen. Wie Sie sehen können, Selbsteröffnung. Öffnen wir die Hemen 1 auf dem Tisch und öffnen es bequem. Lass uns wachsen, bis wir den Teig durchziehen aus den Endteilen wachsen können. Kein Problem kann Konflikte sein. Wie groß wir öffnen, es ist knusprig und lecker. Nach dem Öffnen des Deigs in einer Serie füge ich sofort einen Fettabfall hinzu. Ich lege es nicht vom inneren Mörtel in die Mitte, nachdem ich es nach innen falte. Ich bin mit den Teilen verbunden und gefalte das Herzzentrum. Ich platzierte den inneren Mörtel im mittleren Teil. Ich gebe die endgültige Umschlagform. Easy Methode Ohne Hefegelenke können Sie sich auf kurze Zeit vorbereiten, ohne auf lange Zeit zu warten. Knöchelrezept Ich bin mit den Endteilen verbunden. I offen und bereitet meine anderen Bienen mit der gleichen Methode vor. I dann offen und vorbereitet. Keine Hefe drinnen, die schönere Raue. Sie werden nicht an die Augen glauben. Es war wirklich toll. Ich bin sehr froh, wenn Sie in Kommentare nach dem Versuch des Rezepts schreiben. Nach Abschluss der Hebseni, nehmen wir eine geeignete Ofenschale. Vergessen wir nicht, Ölpapierleiner oder Ofentablett in den Ofenboden zu schmieren. Vergessen wir nicht, das Tablett der Fahrt zu schmieren. Ich schließe den Ofenboden auf die entgegengesetzte Weise. I erhalten meine Blicke sofort in die Schale. Nach der Einnahme aller Tücher auf dem Tablett, kochen wir es bis zu 6 und oben Metern im Ofen, die wir zuvor erhitzt haben. Ich habe in 25 Minuten gekocht. Die Öfen können variieren. Lassen Sie uns voll kontrolliert werden. Ich will dir zeigen, wann du im Ofen bist. Wirklich unglaublich rau. Es sieht toll aus. Ich bin aus dem Ofen. Entfernt. Wir hören Mutlacker für 10-15 Minuten. Ich will, dass du dich näher zeigst. Boden-Bodendraht-Draht war perfekt rau. Es ist ziemlich heiß. Dies war ein Börek-Rezept, das ein Snub ist. Ich will dir die innere Textur zeigen. Der aufgesetzte Käse ist sehr schön. Wie Sie sehen können, war es ein tolles Rezept. Ich möchte Ihnen noch eins zeigen, um keine Fragen zu haben. Es war ein wunderschönes Rezept. Wenn Sie das Rezept mögen, denken Sie daran, den Schlüssel zu Drucken, teilen Sie Ihre Freunde und Freunde, die Sie sehen möchten. Ich nähere mich heute dem Ende meines Rezepts. Ich hoffe, du magst mein Rezept. Es gibt keine Chance zu versuchen, mit Ihrem Wunsch, in meinen nächsten Videos zu diskutieren. Willkommen. Altjahr CMK